Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich die Isofix Base richtig einbauen und somit die Basisstation für eine Babyschale richtig befestigen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Natürlich gibt es die verschiedensten Hersteller, doch meist funktioniert es bei allen Modellen relativ ähnlich. Und zuerst einmal sollten wir bei uns im Auto schauen, wo die Isofix Halterungen sind. In meinem Fall ist das Ganze mit dem Zeichen Isofix gekennzeichnet, einmal auf der Seite, einmal hier drüben und das sind jetzt einfach hier unten drunter zwei solche eiserne Haken, die mit der Karosserie auch verbunden sind. Bei dir kann es übrigens auch sein, dass das Ganze hier mit zwei solchen Löchern natürlich noch einmal erkennbarer ausschaut. Zuerst einmal gebe ich die Station schon richtig rum auf den Sitz, schaue, dass mein Standfuß vorne auch schon ausgefahren ist und jetzt haben wir hier hinten noch unsere Isofix Halterung. Dasselbe Spiel habe ich übrigens auf der anderen Seite auch und da kann ich dieses graue Bauteil einfach mal auf der Seite zusammendrücken, mache es auf der anderen Seite übrigens auch und kann die Halterung auch schon ganz ausfahren. Als nächstes können wir unsere Base auch schon mit etwas schmackes einmal hinten Richtung Sitz drücken und dann sollte nämlich auch diese schon von alleine in die Isofix Halterung einrasten, was wir übrigens jetzt auch hier vorne an unserem ersten grünen Lämpchen schon erkennen können. Den Standfuß unserer Station sollten wir mal ganz nach vorne bewegen und anschließend können wir diesen nämlich hier unten ganz einfach etwas ausfahren, so dass die Isofix Station auch wirklich ordentlich darauf steht und das zweite grüne Lämpchen als Bestätigung aufleuchtet. Falls wir übrigens etwas zu hoch gezogen haben, können wir hier hinten auch noch diesen grauen Knopf eindrücken und dann lässt sich das Ganze ganz einfach nämlich wieder umstellen. Die Isofix Base ist also schon richtig eingebaut und zum Schluss können wir dann auch unseren dementsprechenden Maxi-Cosi einfach mal von oben drauf stellen, dass auch die dritte Leuchte richtig aufleuchtet. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Isofix Base oder auch gleich eine passende Babyschale obendrauf zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon von Markenherstellern. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.